Ach, das war eine Bombe. Oh mein Gott, die sind hier überall. Hilfe, oh mein Gott. Was passiert dir denn eigentlich? Ah, ah, meine Waffe. Digga, wo bist du denn? Daddy. Komm doch mal ran, Alter. Ihr seid immer so lahmarschig, Mann. Was hast du, irgendwas Tolles gefunden? Ja, Mann, ich hab ein episches Garten. Ach, Mann. Wir dürfen ja nicht sterben. Ja, ach, Mann. Wir sind ja auch nicht in einem Team, Alter. Oh, nö. Da findet mein Mate gutes Gier, der Arsch. Wir müssen jetzt aber überleben, gell? Weil ich bin hier... Da vorne wird geballert. Ja, ich bin ja auch gerade in Danger. Ich komm erst mal zu dir. Äh, Alter, willst du kuscheln, oder was? Ja, immer doch. Nur weil ich jetzt Brüste hab. Jetzt versteh ich das. Ich bin nicht so. Ich bin nicht wie die anderen. Nee, nee, nee. Überhaupt nicht. Oh, da hinten liegt Zeug. Wir haben gar keine Anmod gemacht, aber wir brauchen keine. Wir sind cool. Ach, du kannst doch hinten her machen. Ja, stimmt. Das schneidet man zurecht. Das kriegt keiner mit. YouTube ist eh alles fake. Genau, alles. Ich auch. Ich bin eigentlich ein Typ. Ist doch einer langgelaufen und gestorben, oder was? Genau, der ist verblutet und hat seine Sachen fallen lassen. Hier ist auch noch eine wunderschöne. Sehr schön. Du hast auch schon mal geblutet, ich weiß es. Erzähl mir keine Märchen. Das ist aber schon fünf Monate, äh, fünf Jahre her. Was? Ja, im Ton. Du fag Gebärmutter entnehmen lassen? Nein. So, in meinem Herzen. Scheiße. Ja, ich mag, oder? Äh, okay. Treibt sie mir hier wieder in den... Übrigens, die Leute feiern dein Österreicherisch, haben sie gesagt. Ist das? Die haben gesagt, die feiern das richtig. Shit. Also, Eddie, du weißt, was dich heute erwartet. Nix. Beziehungsweise, was wir alle von dir erwarten. Der Push, 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 push. Ja, nicht bewegen. Egal, lass mich. Nee, das geht, das, sowas funktioniert nicht. Weil, third person, der sieht ja, was du machst, und wir sehen ihn nicht. Ach, scheiße, Mann. Kann ich meinen Charakter wechseln, oder wie machst du das? Nö, das ist random. Ich würde das auch gerne ändern. Ich weiß nicht, ob man das auf irgendeinem Level kommt. Das ist wirklich, ich dachte gerade, verarscht mich. Was? Eddie, unser Vertrauen des Angeklangtes, weißt du? Ja, ich weiß. Du hast doch gesagt, wir gehen getrennte Wege. Dann kamst du doch wieder angeschissen heute bei mir, ey. Ja, aber du hast es auch nicht vor mir gefurzt. Das hat mich sehr verletzt, noch zwei Jahre. Dinger, du störst. Hier ist nix. Hau ab. Stirb einfach. Get lost. Bitte stirb. Gibt ja auch Leute, die gucken mich nur wegen meinem Bartkapper. Genau. Ups, der hat den Heatings geklopft. Sau, ey, kommt der da vorbeigefahren. Ich wusste nicht, dass er das automatisch einsammelt. Ja, 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 direkt schon perfekt E gedrückt. Ich weiß nicht, aber dein geschmeidiger Bart, ich glaube, den finden auch einige sehr erotisch. Ja, definitiv. Den darf ich auch nicht abmachen, dann krieg ich Stress mit meiner Lady. Hast du ein Bild, wo du ohne Bart aussiehst? Es gibt eins, ja. Echt? Es gibt sogar mehrere, aber das erzähle ich gerne, wo ihr findet. Wenn du bei Eddie abonniert und er die tausender Marke erreicht, dann rasiert er seinen Bart ab. Wie sie mich verraten hat, weiß ich, ich behalte hier die Geheimnisse und sie posaunt alles im Internet raus. Hier ist die Tür auf. Eddie, magst du nicht meine Verbinde? Doch. Meine Periodenverbände? Gib her deine Binden. Genau, meine Binden. Always Ultrascheiß hier. Genau, hier. Für extra Darker Bloodungen. Ja, warte. Ich kipp mal ein bisschen Always Ultrasatzflüssigkeit drauf. Genau, die mit den fünf Tropfen. Ich finde es immer so unangenehm, wenn sie so einen auf seriös dann die quasi in 3D zeigen, wie das OB drin steckt. Ey, das Schlimmste war doch dieser komische Schwangerschaftstest, Alter, wo diese riesen Pisse tropfen. Ja, oder die. Haben sie auch Scheidenpilz und Jucken dran ihrer Wunschi? Sch-sch-sch-sch-scheidenpilz. Hinter dem S am Baum, pass auf, Eddie. Genau, rechts. Ja, genau. Warte, ich komme noch. Unterneben geschossen. Du schießt doch, hast keine Waffe. Wie ist der Eindruck, Alter? Ach, scheiße. Wieso gehst du immer geduckt? Weil ich zu viel PUBG gespielt habe. Die Leute haben gesagt, ich kann dann besser aimen. Nee. Oh, die Runde wird so verloren, Alter. Mein Mate hier, mein Dude hat kein Bart. Das ist eine glattrasierte Schwucht. Glattrasierte Schwucht. Die Thumbnails dauern eigentlich fast meistens am längsten. Das glaube ich. Weil du musst halt, also wenn ich es habe, kriege ich es in 15 Minuten hin. Aber ich muss ja in Google immer erst suchen nach dem Scheiß. Also ich benutze ja oft verschiedene. Ich habe zum Beispiel dem Letzten für einen Horror-Thumbnail Hände von einem toten Affen verwendet. Das kriegt ja keiner raus. So, Druckmittel speichern. Ich muss mal so einen Ordner machen. Wer es findet, der bekommt, äh, der bekommt was von mir. Ja, da klaut sie mir den Kill, Alter. Oh, 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 oh. Da klaue ich ihr den Kill. Step draußen, step draußen. Äh, oh, da ist er, da ist er, bei mir ist er, bei mir ist er. Yes, down. Nice. Kommen noch mehr. Scheiße. Alter, ey, du bist nur am geduckt Rennen. Ja, weil ich Angst habe. Da oben, da oben, ey. Ah, okay, ah, what the fuck? Warte, ich, warte, ich riskiere es kurz. Oh mein Gott, nimm schnell. Boah, geil. Eddie, 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 er ist hier, Eddie. Oh mein Gott, was war denn das? Ach, das war eine Bombe. Oh mein Gott, die sind hier überall. Hilfe, oh mein Gott. Ich habe keine Muni, Leute. Was passiert dir denn eigentlich? Haben sie dich erschossen? Ja, die kommen bei E, bei E, oh, scheiße. Ach, nö. Ich bin durch die Ticke gefreut. Scheiße. Am besten fliegt man erstmal überhaupt. Ich habe erstmal schön im Bus gesessen. Eddie, raus jetzt. Auf deinem Bad zu kämpfen. Nee, mir geht's auch gut. Weißt du das? Was ist das? Ich mein Bad kämpft? Ach, machst du das gerade echt? Ich habe es echt gemacht. Nein. Ich habe es gerade so knistern gehört. Meine Telepathie, oh mein Gott. So knistern. Hast du echt gerade dein Bad gekämpft? Ja. Nein, verarsch mich nicht. Ja, also so halt mit der Hand, ne? So durchgesprecht. Der hat auch echt eine Bürste geholt. Ach, Quatsch. Ich gehe hier runter. Soll die Springs kommen. Das ist so die Illusion mir genommen. Das andere schaffen wir nicht. Das ist bewaffnet. Super, Eddie. Alter, hat der mich vernichtet, Alter? Wieso hat der schon SMG? Hallo, wir sind doch, what? Bist du auch tot? Nein, ich lebe noch. Wie sie lügt, Alter. Nein, ich lebe noch. Ich bin noch drin. Wieso kann ich denn bei dir nicht zugucken? Hä? Ich bin ja direkt raus. Auf geht, Eddie. Wie sie einfach immer raus springt, Alter. Ist doch viel weiter hin. Eddie, komm raus. Eddie, Eddie. Ich bin noch raus. Man kriegt ganz, der kriegt diamant-harte Nippel hier. Diamant-harte. Ungeschliffen. Ah, ich finde den Himmel aber so schön. Wir lassen unsere Wiener da, wo sie sind. Das mit dem Mond ist wie bei Zelda, Ocarina of Time. Der ist auch so schnell aufgegangen. Wie er in den Himmel guckt. Ich habe den letzten Kometen gesehen, gell? Echt? Boah. Ich dachte, es wäre ein Sternschnippchen, aber das war sie zu hell. Ich wollte gerade sagen, Alter, es klingt echt mega schwul nach Picknick in der Nacht oder so. Ne, es war Picknick im Auto in der Nacht. Bin nach Hause gefahren. Ich habe mir direkt was gewünscht. Weißt du auch was? Ne. Dass du krank wirst. Bitte was? Dass du krank wirst. Hat vielleicht sogar funktioniert. Nein, Spaß. Ich will jetzt einmal gewinnen. Eddie, mach was. Ja, nee, ich habe mich auch nicht und geht's. Eddie, mach was. Manche Leute, die guckst du, die machen, tak, 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 tak. Plötzlich steht ein Riesen-psch, ein Fort. Ja. Ich habe in den letzten Online mit ein paar gespielt, die haben direkt ein Schloss gefaunt. Ich kann den Player nicht aus den Augen lassen eigentlich. Eddie, komm rein. Und ich höre sogar eine Kiste. Geh weg, Eddie. Hier ist gar nichts. Eddie, ich habe alles genootet. Jetzt soll ich kommen, dann soll ich weg. Nee, ich bin doch schon unterwegs. Mann, Eddie, das ist meine Kiste. Alter. Eddie, ich habe doch gesagt, hier ist nichts. Listen and repeat. Genau. Käse von dir. Käse von dir. Genau, Käse von dir. Küchenschrank. Hochschlag. Echt, heißt es so? Ja, es heißt nicht so. Nein, fast wie? Aber der absolute Schöpfer ist einfach, wie die zu Autoscooter sagen. Von was? Ja, Butsche Auto. Hast du dich dieses Dürmer rumgefunden im Gästen? Ja, wirklich. Ich war tot. Nice. Ich will auch was abhaben. Ich will auch was. Die Sniper nehme ich, ne? Die war seine schlechte Mauer an dir. Weißt du was? Oh, der Arme hat voll gekämpft. Der Arme? Was ist denn mit seiner Armbauer? Mach hier nicht. Nein, Eddie. Das sind doch die letzten Erinnerungsstücke an seine Familie, die wir schicken können. Eddie, nein. Ich bin aus den Geschichtsbüchern gestrichen. Hey, Eddie, hey. D-d-d-d, macht das Segel an. D-d-d-d-d-d, ja, ja. Hey, hey, Eddie. Der Eddinger. Rasiert sein Bad heute ab. Mmh, yeah. Er macht das für euch und macht das auch nackig, der Eddie. So. Das wird nicht mein Jingle. Doch, das wird dein Jingle. Nein. Doch, Eddie, den mache ich als Trailer rein. Also du bist auf jeden Fall nie meine Managerin, ey. Ah, ah, meine Waffel. Digga, wo bist du denn? Eddie. Komm doch mal ran, Alter, ey. Ihr seid immer so lahmarschig, Mann. Jetzt bin ich tot. Ja, dann gehen wir raus. Ah, da könnte ich kotzen. Ja, aber Eddie, du. Wo bist du denn hingelaufen? Du läufst doch immer irgendwo hin. Nee, du warst eben auf dem Catwalk da zu sehen. Du bist wieder abgehauen. Ja, aber ich dachte, es ist keiner mehr da. Es sind immer zwei. Wir spielen Duos. Oh, Eddie, magst du die grüne Waffe? Komm, hol sie dir. Oh, geil. Gemach. Dem Gnu geht's nicht gut. Es hat Fieber. Gemach. Ja, wir müssen ran uns halten am Sein. Gemach, Eddie. Das hat er super gemacht, oder? Das hat er super gemacht. Man könnte weinen, er hat es schon mal so mal gespielt. Vielleicht mal eine dumme Kamera aus, ey. Er ist schon ein guter. Ein guter. Damit du nicht so verliebt guckst, oder was? Wir müssen laufen, übrigens. Aber so richtig hart. Die Batterie ist gleich leer. Ja, du kannst mal Glück sein, dass ich so ein netter Typ bin, ey. Ja, das stimmt. Sonst könnte ich jetzt was zusammenschneiden und könnte daraus... Alter, ich könnte dir die fieseste Compilation hier zurechtschneiden. Hello, heetie. Hello, heetie. Meow. Hello, heetie. Hello, heetie. Meow. Meow. Die anderen waren auch da, die sind alle rausgeschnitten. Ich muss mal kurz meine Crank It Impression machen. Like My Style Impression. Genau. Ich hab die... Ach, nee, das ist richtig ein alter Vier, ne? Ja. Shoutout geht raus. Ich hab die alle rausgeschnitten. Auf jeden Fall, Leute. Hahaha. Alle haben dann rausgeschnitten. Er war voll Arschloch, gell? Ja. Aber da muss man sich halt auch mal Mühe geben, wenn man die halt nicht dabei haben will. Also, es war schon sehr anstrengend, Leute. Auf jeden Fall, dafür einen Daumen nach oben. Und schaut auf jeden Fall beim Eddy vorbei. Der wird künftig auch ab und zu auf YouTube jetzt streamen. Einfach die Versprechen kommen hier. Ja, ich mach dir Druck. Und wenn ihr lustige Videos sehen wollt und natürlich auch ein bisschen können, dann schaut auf jeden Fall beim Eddy vorbei. Das heißt ein bisschen mehr können als bei mir. Und ja, hab ihn in der Outcard extra nochmal für euch verlinkt. Und auf zum Mucken und dann sehen wir uns. Und ich sag ade, bitte. Waschee! Ah, scheiße! Waschee! 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 Vielen Dank.